Bam! Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Rocket League, diesmal mit dem Lars. Hallo. Und mir, dem Jan. Hallo übrigens. Hallo. Hallo. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Hallo. Hi. Aber doppel. Doppel? Oh ja, klingt gut. Weil wir es können. Mega. Fast. Also eigentlich nicht. Da ist man mit Reifen gewechselt. Aber so ein bisschen. Fast. Also doppel? Weiß ich nicht. Die habe ich glaube ich noch. Nein. Kein Doppel gespielt. Nein, noch nicht. Was cool wäre, wenn die Batman-Werbung nicht mehr da ist, wenn man sich das DLC gekauft hat. Ja, das wäre schön, aber dem ist leider nicht so. Okay. Und ich war hin. Ja. Dump, dum, 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 dum. Tor. Ah. Ja. Ah. Manchmal funktioniert das doch mal. Was für eine Ansage. Wow. Er ist wieder verfehlen. Kann ich übrigens sehr gut. Den habe ich weggekickt. Nice. Apropos weggekickt. Den habe ich verfehlt. Aber du nicht. Und. Und der ist drin. Easy. Obwohl, selbst mit dem anderen hätte ich das nicht. Was? Nein, was? No team. I'm alone. Schade. I'm alone! Das ist natürlich traurig. Hahaha. Das drin. Oh, nice. Sauber. Verdammt. Falsche. Okay. Ich habe so einen halben Millimeter drüber gespürt. Ich muss jetzt keine wieder in mein Tor. Das kann ich nicht. Ja. 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 Und? Er hat es auch noch selber reingeschossen. Das ich nicht verstehe. Hahaha. Er hat es einfach selber reingeschossen. Wow. Da war ich nicht mehr dran. Ich finde ich tief nicht. Okay. Rein da. Soloball. Vorbeispringen. Kann man machen. Sollte man aber nicht. Oh. Ah, ich habe die Handbremse, weil ich sie benutze. Das macht Sinn. Oh. Oh. Schön. Nice. Vor allem, wie du den getroffen hast, wie der geflogen ist. Und dann setzt er nochmal einen nach. Na, nochmal. Und du mit rein. Okay. Oh. Spam. Nice. Ja. Na, jetzt. Ich komme. Oh, ich springe dabei. Fuck. Was für eine Parade. Was für eine Parade. Alles klar. Oh. Oh. Was für eine Parade. Oh. 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 Ja. Fast. Eigentlich gar nicht. Echt? Aus meiner Perspektive sah das eigentlich die Zwischen. Ah, gut auf. Hui. 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 Was zum. Was zum. Aber. Der fliegt schön. Der fliegt gut. Der fliegt weit. Der ist toll. Nice. Ich bleib mal im White-Antor. Wie sie auch einfach nichts machen. Und so gewartet haben. Und so holt's Anlauf. Ist einfach so, ne? Ah. Oh. 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 Ich hasse es, Mann. Ich will, ich will hoch springen und dann mich zur Seite drehen. Ich will nicht zur Seite weg springen. Warum tust du denn sowas? Warum tust du denn sowas? Weil ich den linken, äh, weil ich den Stick zu früh nach rechts drücke. Ähm. Oh nein. Ja, okay. Ja. 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 Ich muss dran gewesen sein. Einfach Glück. Ja. Irgendwie schon. Wenn drei Leute den Ball einquetschen, muss der in irgendeine Stimme fliegen. Ja. Ja. Sauber. Ja. Ich dachte mir mal, geh mal nicht YOLO. Könnte besser für uns landen. Oh. Fuck. Alarm. Ja. 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 So. Ja. 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 Das ist ein torreiches Spiel. Auf jeden Fall. Ja, und dann verkackt er den alles. Und dann verkackt er den. Alles. What the fuck? Schade. Der ist reingegangen. Das wäre ziemlich gut gewesen, aber nicht. Ich habe mein Headset-Kabel rausgezogen, bin ich ein Helm. Ich bin einfach falsch abgesprungen. Ich habe dich einfach noch in der Luft gerammt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Naja. Irgendwann vorne. Wenn ich schon gerade getroffen hätte, wäre der drüben. Ab vom Großen. Nein! Nein! Der ist zu hoch. Der ist noch ziemlich warm. Der ist noch einer von unseren Zuschauern, sagst du? Ja. Dabei guckt auch unsere Videos. Alter! Nein! Alter! Alter! Wir haben den Gleichstand geholt. Alter! Ja. Ja. Er wartet einfach. Fuck! Richtig. Alter! Wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann ist das echt bitter. Ich dich mit auf. Alter! Was mache ich denn so eine Kacke? Kein Problem. Kein Problem für mich. Wie bin ich da noch so krass? Ja. Alles klar. Ich hätte den einfach nur gerade rammen müssen, dann wäre die Chance höher gewesen. Alter! Das gibt es doch nicht! Wo ist denn hier der Boost? Hallo? Danke! Hallo! Als ob! Alter! Ich komme halt nicht hinterher, weil ich keinen Boost habe, ne? Ja, selbst wenn der Baller Maximum spielt. Wenn der bei Max-Speed ist, ist der schneller als du. Der war niemals Max-Speed. Der war auch 47 kmh. Guck mal, wie der cool ist. Ja, am Ende. Aber der hatte eine Millisekunde Max-Speed. Das hat halt gereicht, um bei einem Vorsprung zu gehen. Okay, das klappt ja gut. Alter, nein! Was ist denn gerade los, Mann? Scheiße! Ich möchte gerne wieder landen. Alter! Das ist jetzt richtig bitter, dass wir das verlieren. Wie geht das denn? Ja, vor allen Dingen in der letzten Minute fallen einfach 5 Toren für die. Ist einfach so. Da wollen wir nix mehr. Außer das letzte Tor. Außer das letzte Tor. Je. Und du fährst erst mal auf mir. Easy. Ja gut, in einer Sekunde ist es unmöglich, zwei Tore zu machen. Eins zum allerhöchsten. Eigentlich nicht. Nee, man braucht schon mehr als eine Sekunde, um an den Ball zu kommen. Du brauchst nur eine Sekunde, um an den Ball zu kommen. Siehst du? Der hätte jetzt dort reinkommen. Aber danach wäre das Spiel halt direkt vorbei gewesen. Sobald der angefressen wird. Da komm ich aber nicht dran! Schade. Alter, wie wir das noch verloren haben. Fuck! Fuck! Natürlich doch gegen dieselben, obwohl ich nicht für den Reward geschwimmt habe, aber naja. Egal, die nächste Runde. Okay, jetzt gewinnen wir aber. Deine Chance. Boah. Der ist noch warm. Ja. Dann stoß den noch mal an. Das klappt. Breathing under water. Ah! Ich hab die falsche Ballkamera. Nein. Ich hab gar keine Ballkamera. Du hast die falsche. Jaaaa. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Wir landen, danke. Oh, 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 oh. Nein! Ich fälsch mich wieder ab! Ja! Sauber! Nice. Weißer Scheiß mit S-H-I-C-E. Ja. Komm. So läuft das bei uns. Was? Ich weiß es nicht, aber. Es war gut gespielt. Fast. Ähm. Ich hab keinen Boost. Ich hab auch nicht vollen Boost. Ich hab auch nicht vollen Boost. Nur einfach null. Ja, das könnte reichen. Aber ich hab auch nicht vollen Boost. Nein! Ha! Ach, ich versteh es nicht. Heute bekräg ich es irgendwie nicht. Geschöpfen mit dem Ball von... Ja, mit dem Ball zu sprengen. Pass auf. Und. Und. Ne. Scheiße. Mal so viel auf die Erde kommen. Schnell! Huh! Huh! Oh, schneller! Nein! Er verkackt ihn! Geh weg, Ball! Aua! Schade. Ja, schön. Ich hol den mal weg. Okay. Oder auch nicht. Okay. Bande! Ne. Doch. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal drehen. Oh! Ah! 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 Also, was du hörst, ist... Ah! Ich bin doch mega... Ich hab mich mega weggeschafft. Ah! Ah! Oh Gott! Ah! Alles klar! Das ist geil wieder. Oh, ja! Ja, gut. Oh, nicht so gut. Ein bisschen besser. Oh! Huh! Oh, ja! Warte, warte, warte. Warte, warte... Ja! 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 Nein! Ja! 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 Ha! Ja! Oh, die Partie ist irgendwie sehr spannend jetzt. Da weiß ich nicht, wie der fliegt, da weiß ich gar nicht, wie der fliegt. Die Sonne verwendet, ich versteck mich mal, dass der das kann. Und da lege ich den in den Ball perfekt für die. Das geht ja mal gar nicht. Zauber. Ja, weiß ich gar nicht. Hallo, wo bin ich? Lassen. So. Die anderen dafür wegkicken. Ja, genau. Das war jetzt eher bescheiden von mir. Das war bescheiden von mir, weil... Zurück. Kein Ding. Kommt dich nicht mehr abdrehen. Scheiße. Scheiße, er rammt nicht weg, er rammt nicht weg. Oh? Ja, ja, nein. Und damit meinte ich nein mit ja. Ah, okay. Nein! Nein! Yes! Das ist Chaos, ey. Chaos und Double. Nein, 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 ich komme nicht aus dem Torhaus. Ah, das war sehr gerne. Ich werde jetzt nicht mehr. Ich habe noch. Ich habe noch. Ich habe noch. Eins gewonnen. Eins verloren. So muss das sein. Gut, Leute. Damit verabschieden wir uns. Von einer weiteren Runde Rocket League. Spannend. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bleibt warm. Genau. Auch wenn euch unsere Videos nicht gefallen. Auf jeden Fall. Warm bleiben. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Auf jeden Fall.